Ganz brav in die Glücke. Vorgestern hat sie eine Puzzle gekriegt. Schau, ganz fesches Dirndle. Schau her mal da. Sag einmal grüß dich. Es war wieder ein Klassiker. Am 15 Uhr ist ja die Platte geplatzt. Okay, passt, jetzt geht's gleich mal los. Dann habe ich Futter gerichtet, Stroh über gemacht. Dann komme ich in den Stall runter. Dann liegt sie da. Da hinten liegt sie da. Und drückt dann quasi das Kalbel in dieses Gitter hinein. Denke ich mir, keine gute Idee. Ich habe ihre Füßchen genommen. Und die Füßchen da so probiert herzuziehen. Ich habe jetzt nur 20 cm geschafft. Dann habe ich auch da Kraftfutter gegeben. Dann ist sie wieder aufgestanden. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn sie steht, dann frisst sie normalerweise 15 Minuten. In diesen 15 Minuten habe ich mir jetzt geschwind einmal meine blaue Montur und meine Haubele. Dann war ich oben, habe alles hergerichtet. Dann ruft mir der Kärntner Bauer an. Weil ich habe ja ein Interview drinnen. Dann habe ich sie ihnen ein Foto geschickt. Jetzt hat er gesagt, das Foto passt nicht. Aber ich habe dir auch ein Foto schicken können. Dann habe ich dabei Fotos rumgesucht. Und bis ich die Fotos gefunden habe und alles geschickt habe, sind 15 Minuten vorbei gewesen. Und wie, dann wieder runtergekommen in den Stall. Dann liegt sie schon da, die Kuh. Bumm, zack, mit den Kälbern da. Legt sie schon ab. Ich meine natürlich. Super natürlich, wenn sie selber Kälbern haben. Aber jetzt habe ich wieder kein Video gemacht. Sie steht jetzt nicht auf. Ich will sie jetzt nicht aufwecken. Aber schaut einmal, da keiner sieht. Die hat einen Murz-Auter. Ich habe sie sogar gestern auf Nacht schon einmal kurz gemacht. Und dann 5 Liter rausgemacht, weil ich schon kurz vor dem Platz war. Keine Ahnung, warum die so viel Milch produziert. Und eines frage ich mich natürlich noch auch. Weil du müsst wissen, die Glücher. Der Glücher, ihre Mama war die Jessica. Und von der Jessica, die Mutter war die Gina. Die Gina haben wir seinerzeit in Lienz umgesteigert. Die Gina war eine reinrassige Pflegvieh-Milchkuh. Bei der Gina haben wir dann irgendwann einmal einen Belgierstier angelegt. Dann ist eben die Jessica rausgekommen. Die Jessica war eben 50% blau-weißer Belgier. Und deswegen hat sie ausgeschaut, wie ein Belgier. Schwarz-Weiß. Jetzt haben wir bei der Jessica dann einen Fleckfischstier auch getan. Ausgekommen ist dann eben die Glücher. Auch wieder schwarz-weiß. Dann denke ich mir, okay. Jetzt bist du 25% Belgier. Jetzt haben wir da einen Bauzei hupfen lassen. Und ausgekommen, tut mir wieder ein schwarz-weißes Kalbel. Das heißt, das Putzele ist eigentlich zu 12,5% nur Belgier. Und trotzdem schaut es aus wie ein Belgier. Aber lieb ist es, gell. Und namestechnisch habe ich mir jetzt gedacht, lasse ich euch wieder einmal entscheiden, wie soll sie denn heißen, die Kleine? Irgendwo ist mit G. G. Wie Valter. Ich kann ja auch richtig Härtelem. Der erste común närревss Later passiert. microscopierte socks觀wert. Dann kommt und geschaut auf die Ferse Solomon. Vielen Dank.